hallo hier ist der martin von meine manke ist das hier das ja nun für dienstag den 14.11 2023 ja und wir scheinen sich ein paar klimakleber von dax geklebt zu haben der kam einfach nicht vorwärts raus mit seinem porsche oder mit was auch immer und ja mal gucken ob er den hopster drüber macht zum dienstag im chartlager bleibt unverändert positiv muss man ja schon sagen wir hatten gestern gesagt dass ich oberhalb von 382 davon ausgehen würde dass er wieder an die 360 ran läuft dann auch die 400 und 445 455 bis sogar hin zur vielleicht auf 14.000 zu 15.500 vordringt das war nun nicht sehr ergiebig ja das war sehr träge war sehr ruhig ist sogar mit kleinem abwärtsgap reingekommen hat sich dann aber doch über die 300 noch rausgedrückt gekriegt ohne dass er unten 230 200 verrissen hat und insofern müssen wir uns nicht komplizierter machen zum dienstag als es ist unten bleibt bei der kante um 230 200 drunter wäre ich kritisch würde ich mich eher abwärts orientieren alles was über 300 geht bleibt für mich eher positiv und bekommt auch weiterhin die chance hier die nächsten ziele durch zu klackern habt ihr gerade schon gehört 445 455 die 400 die 15 500 bis im weitesten sogar bis zur 200 tage linie hätten wir jetzt hier noch direktes potenzial muss erst mal wahrnehmen kann dort ändert sich auch nicht egal wie lange jetzt rum mehrt und ja das ist es warum soll man da länger drum herum quatschen bleibt ja alles gleich wenn er hier auf der stelle tanzt tages kerzen sind grün ich hatte gesagt ich wäre vorsichtig wenn wir von channel kann eine lange rote tages kerze bekommen dann würde ich offener für shot position werden hammer auch noch nicht damit eigentlich die gleiche austragslage wie am vortag nichts gekonnt und von daher lasst mal so stehen ich wünsche euch viel erfolg morgen gutes gelingen macht was draus wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss